Springhouse ist ein Kunstprojekt, das Recherche, Künstlerresidenz, Ausstellungen, Performanceprogrammen, Konzerte verbindet. Freitag 19 Uhr ist die Vernissage und große Eröffnung von Springhouse in Hellerau. Da geht es richtig los und dann ist das ganze Haus geöffnet. Ihr werdet Orte sehen, die ihr hier in Hellerau noch nie gesehen habt. Die Unterbühne, den Orchesterkram, das Techniklager. Wir erstrecken uns bis in den Golgi Park, Westflügel, Büros sind geöffnet und das wird wirklich neue Perspektiven auf dieses Haus werfen. Und gleichzeitig gibt es tolle Performances zu sehen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, den Geruch des Mondes zu schnuppern.